guten morgen meine lieben willkommen so dritten januar haben wir schon den dritten januar bin ich jetzt meine uhr ist hier falsch ja dritter januar meine uhr hat sich gefangen für dich weiß gar nicht mehr was für einen tag wir haben weil die nächte sind zum tag der tag ist um halb nach halb tag geworden alles ist durcheinander also wir haben den dritten januar um 8 24 heute keine zusammen schokofresh also mehr als zwei schaffe ich ihn nicht weil dann ist mir schlecht aber die sind so lecker ein leben wenn süßzeug gesund wäre wäre ich die beste freundin von süßigkeiten ich male heute die erdbeeren hier in unserem karten dazu habe ich so verschiedene rottöne mit ausgesucht von den rotfahnen ich habe mir auch hier ein paar kärtchen gemacht so und dann fangen wir mal damit an ach der bär will wieder rein also erstmal nehme ich hier nummer 10 limelight und ich gehe mal so hier in die samen betone die erstmal so mit gelb dann gehe ich noch ein bisschen mit rot das ist nicht komplett so gelblich aussieht also ich glaube das grünzeug schaffe ich nicht also hier oben deswegen habe ich mir auch jetzt keine grüntöne ausgesucht weil jemand weiß dauert es ein bisschen länger wenn man so viel schichtet gestern hat die jessica und ich heiße ihr kanal ich muss mir die kanäle immer aufschreiben weil ich kann es mir nie merken ein video raus gebraucht wo ihr schneller eure bilder ausmalen könnt also da hat sie euch zeigt sie euch paar tricks was ihr benutzen könnt damit die bilder schneller fertig sind ihr euren stift spart die zeit spart ja aber ich male auch so sehr gerne man sieht jetzt das gelbe nicht in der kamera unbedingt ich weiß nicht ob ihr das so jetzt könnt ihr das sehen aber ich habe nur die samen so leicht betont damit jetzt nehme ich hier den hellsten ja das ist noch nicht mal ein rot das ist so könnte schon in pinkie reingehen aber in rosa noch so dunkles pink ist das also ist nicht zu hell aber auch nicht zu dunkel und ich grundiere meine erdbeer schon so ein bisschen lass aber so weiße also so helle flächen weg das ist mein glanzpunkt dann habe ich das jetzt richtig erklärt das hat sich so komisch angehört also ich lasse es diesen bereich bisschen heller und vielleicht auch hier noch ein bisschen heller hier dann auch und wie immer ich arbeite mit einer leichte hand ich gehe um die samenkörner samenkörner ja samenkörner drumherum also ich übermal die nicht oder ich versuche sie nicht zu übermalen das ist ja bei mir so momentan sehr schwierig ella ich habe gestern dein video angeguckt ich musste so lächeln als dir die spitzen abgebrochen sind ich habe mich so gefühlt als ich die 520 bootfahner da geswatcht habe ich sage ich muss auch diese schwere hand ablegen normalerweise habe ich eine leichtere hand aber in natürlich momentan eher so eine schwere hand hier habe ich auch frei gelassen so dass es der glanzpunkt ist und hier auch also hier oben lasse ich dann meine erdbeere ein bisschen glänzen du hast wieder ein sehr sehr tolles video gemacht elle dankeschön dafür ich habe gestern noch nicht kommentiert weil manchmal kommentiere ich auch nicht sofort weil ich weiß dass ich das nicht so ausdrücken kann wie ich das gerade gefühlt habe also mache ich das immer ein bisschen später dann weiß ich dass ich das richtig dann ausgedrückt habe und nicht mehr den blödsinn gelabert habe also ich habe das nicht gefühlt dieses mich auszudrücken so wollte ich sagen bei mir ist es so ich muss immer warten auf mein gefühl bis er mir sagt ja das ist richtig so das ist manchmal bla bla bisschen aber so ticke ich halt so jetzt nehme ich den flam scarlet also meinen rötlichen ton und setzen aber ich hier vorne an also nicht ganz hier sondern hier weil ich hier möchte ich noch bisschen hell lassen um später bisschen besser auszublenden und gehe auch hier wieder mit einer ganz leichte hand gehe um die samenkörner drum herum also wer ellen nicht kennt ich kann nur ellers kanal empfehlen ist eine großartige frau macht großartige videos und ich hoffe dass dann noch ganz ganz viele andere videos kommen für anfänger die überhaupt nicht zeichnen können wäre das optimal die zeigt euch wie man das macht jetzt hat sie schon videos über licht und schatten also dass man es auch versteht dann macht sie ja ihr tannenbaum was wir in der gruppe eigentlich als so mal challenge haben wo wir alle gemeinsam an einem bild malen und das teilt sie mit uns also mit uns mit euch öffentlich wie sie das macht und da könnt ihr auch einiges lernen kann ich auch nur empfehlen da wären bestimmt noch ganz viele tolle sachen kommen gerade für anfänger oder für für kinder auch die wenn sie gerade neu anfangen zu malen und ich glaube ich hätte poppy red nehmen poppy red ist zu dunkel das nehme ich jetzt hallo ich brauche meinen zettel hier ich muss ein bisschen swatchen poppy red ist 321 habe schon 322 die tomate ich muss das tomate nehmen tomate ist ein bisschen hell wie poppy red und das setze ich auch hier an ich mache das auch nicht über die ganze erdbeere ich sitze nur so ein bisschen hier an und da ein bisschen an so dass die erdbeere so verschiedene roten und 19 bekommt so dass sie nicht so nur rot aussieht dass sie so verschiedene rottöne spiegelt also ich versuche es ob das mir gelingt ist das habe ich mit meinem elch angefangen aber ich habe mein dann baum bild zu ende gemacht das zeige ich euch am sechsten wenn es fertig ist also mir ist der hintergrund nicht so ganz gelungen wie es haben wollte und paar kleine fehler sind auch drin aber ich weiß ich habe mich über meinen hintergrund so was von aufgeregt dass ich ihn versaut habe es sind nicht so geglaubt wie ich es haben wollte auch mal hier habe ich die zweite farbe vergessen von lauter gequatsche also ich nehme jetzt noch mal hier mein flamm und gehe hier ganz schnell weil ich habe keine zeit das ist wenn du ihr zeitdruck hast das ist weil ich möchte so viel gemütlich schaffen weil ich finde 30 minuten die kind so schnell vorbei also gerade anfangen schon wieder aufhören habe ich gemacht jetzt machen mit tomaten weiter und jetzt habe ich meinen fahnen verloren was ich vorhin erzählt habe da sage ich immer zu machen ja damals wohl nicht so wichtig er hasst diesen spruch guck mal hier habe ich auch noch von der erdbeere vergessen aber das macht nichts da ist ja die sehr dunkle stelle dann machen wir es gleich mit tomaten so zu dann machen wir hier in unserem revier ach ja dass die zeit so schnell vorbei läuft möchte man am liebsten weiter malen aber ein gesetz der limit ist ein gesetz der limit so was habe ich jetzt hier wieder geschickt wo habe ich mein flamm zettelchen hin gemacht bin ich jetzt den kopett baller baller hier mensch und jetzt nehme ich poppy red poppy red poppy red und das mache ich hier und ich hoffe ich bleibe jetzt in meinem bild drin das habe ich auch jetzt mir angewöhnt angewöhnt aus dem bild zu malen also diese angewohnheit muss ich ganz schnell ändern sonst würde ich unglücklich damit sein da werde ich zu oft dann mit mir selber schimpfen und das will ich nicht wir sollen ja lieb zueinander sein und zu sich selber sowieso jetzt ab heute habe ich jetzt noch eine woche urlaub also heißt fünf tage dann ist ja wochenende und schon so schnell ist eine woche um und wir haben schon den dritten januar wie schnell geht in die zeit vorbei gerade war erst weihnachten und jetzt schon ich habe bald auf in der erdbeeren könnte man auch noch so ein bisschen hier soll so grün rein machen und bisschen gelb auch weil ich könnte hier sein dass es eine eine erdbeere auch noch nicht so richtig reich ist so dann habe ich jetzt nämlich lipstick red aber mit lipstick red bleibe ich hier unten also an der dunkle stelle hier gehe auch um die samen herum also ich übermalte sagen gar nicht ich glaube ich werde die samen nachher mit nochmal mit gelb betonen und dann so mit dem schwarzen also nicht nachher ich meine morgen weil das schaffe ich heute nicht mit dem schwarzen so ein bisschen schatten einsetzen oder so ich hier so leichten schatten einsetzen damit es so ein bisschen sich abhebt seht ihr wir haben jetzt schon 14 minuten gleich ich bin wirklich gespannt wie das aussehen wird wenn es fertig ist wirklich weiß überhaupt nicht wo unsere reise uns hinführt hier also wir sind gleich zum frühstück verabredet es ist noch gar nicht meine uhrzeit zum frühstücken weil ich frühstücke sehr spät ich gebe auch noch gar keinen hunger das ist ja das um 10 sind wir zum frühstück verabredet so jetzt nehme ich wieder und jetzt gehe ich halt meine farben rückwärts wieder jetzt nehme ich wieder poppy red das kennt ihr ja auch schon von mir dass ich so vom hell zum dunkeln und vom dunkeln dann zu hell wieder zurück arbeite bei manchen bilder ist das auch andersrum also je nachdem was für ein motiv ich habe wie gesagt hier habe ich ja auch nicht überall mit der farbe gemacht sondern so ein bisschen und wo arbeite ich auch weiter also natürlich weiß ich jetzt nicht genau wo ich diesen poppy red gesetzt habe aber das ist nicht schlimm dadurch haben wir so eine unregelmäßige rote struktur und das ist ganz gut so weil ich habe noch keine erdbeer gesehen die gleich aussieht also dass sie nur rot aussieht da sind überall irgendwo verschiedene farben sind dann nehme ich jetzt flemmt scarlet war das die flemmt scarlet als erstes 319 mir kleinen tomaten so tomatra wolltest du dich drücken du wisst ihr was, wir können ja schon schokofleisch miteinander teilen, weil ich hier zwei kleine stücke mache ich mal eins für euch und für mich gierige ganz alleine eins für euch nasche ich jetzt schon ein bisschen ich habe hier mein latte stehen von der mia gemacht dann nehme ich jetzt ich bin doch ein bisschen gaga oder nicht flam red ich glaube ich bin ein bisschen doof so so Ich habe das neue Lied von Elton John und Dula... wie heißt sie... Dula Lipa oder... nicht im Namen, ne? Aber auf jeden Fall das neue Lied von Elton John, oh, so schön, Kaltes Herz, Dua Lipa, glaube ich, heißt sie, mag sie total, hat eine schöne Stimme auch, natürlich nicht so schön wie meine Adelée, Adelée, aber auch eine tolle Sängerin. Ich habe mir gestern im Radio gehört. Ich habe gesagt, okay, geht vielleicht mal sehr gut. So, was ich jetzt mache, ich nehme jetzt Gelb, ich mache es noch ein bisschen später, gehe hier in... was haben wir gerade gehabt? 300... Flamme Scarlett, gehe ich jetzt so leicht in Flamme Scarlett und blende das so ein bisschen vor, dann haben wir so ein leichtes Orange, Gelb, aber lass noch die hellste Farbe aus... also hier sind... Aber mit leichter Hand, also gar keinen großen Druck, weil ich will nur ein Haufen Gelb drin haben... So, und dann nehme ich wieder... und gehe so ganz leicht über den Leim, also über das Gelbe. So, kommt das Ganze wieder? So, jetzt brauche ich sehr, sehr, sehr viel, sehr, sehr, sehr gut. So, ich habe hier ein bisschen ausreich können, also dass ich den Leim, also nachzub pensarllte, weil ich meine daqui, also quê cosa M pergi, also hier, soixo dessa Bo Alto. dann nehme ich ja mal weißen stift von prismacolor kurz anspitzen und ich nehme auch den schwarzen davon weil ich habe von den brutfahnen mir jetzt keinen schwarzen rausgeholt das muss ich noch machen unbedingt da mit dem schwarzen mache ich hier so und die dunkle stelle noch so ich das bisschen ab dunkeln aber mit ganz leichter hand also ich habe kaum druck auf den stift weil ich möchte das wirklich nur so ganz leichten schatten drin haben also so leicht abgedunkelt das schwarze soll nicht dominieren also das ist schon so ein bisschen das ist da aber trotzdem im hintergrund danach nehme ich ja meinen dunkelsten roten ton und gehe über das schwarze also ich verblende dann dieses schwarzen nochmal damit dann ist es richtig dunkles rot weil die erdbeer liegt ja hier so drauf und dann erzeugt das hier den schatten deswegen mache ich das so hier ist ja die brombeere jetzt nehme ich das dunkelste rot vorsichtig das ist lipstick red und tue ich mache jetzt also es ist ja schon spitz genug hier mein schleifpapier und tue mir so ein bisschen die ecke so ein bisschen scharf machen damit ich das habe ich von der eller gelernt dass man so ein schleifpapier nehmen kann ganz reines und strich anspitzen damit man so eine spitze spitze hat und da gehe ich jetzt hier und verblendete schwarze eine ganz leichte hand also wenn ich jetzt so weiße stellen sieht dann heißt es dass das papier noch nicht komplett gesätigt ist also da kann man jetzt dann hören also verblenden mit einem mittleren oder helleren rot so dass es richtig glatt gemacht wird oder man nimmt einen blenderstift also farblosen blenderstift und arbeitet das damit rein also da verfälscht man auch dann die farbe nicht ich finde im gegenteil da wird sogar noch intensiver die farbe aber ich trage jetzt noch hier ein bisschen auf und zum schluss sehe ich ob ich das verblenden muss oder nicht ich habe jetzt noch fünf minuten zeit also heißt die uhr tickt ich werde aber jetzt schon euch einen schönen montag wünschen passt auch auf euch auf seid vorsichtig seid lieb zu euch selber und zu anderen menschen und ja kommt gut durch den tag und wir werden uns ja morgen nie sehen wieder so jetzt nehme ich meinen zweit dunkelsten ton das ist dann poppy red richtig poppy red war was 301 genau 321 und gehe hier so drüber also ich versuche jetzt meine mein papier zu sättigen also das ist wirklich keine weiße stellen und trotzdem schön ineinander verblenden so wir teilen das noch ich teile mit euch heute alles halbe für euch halbe für mich wir wollen ja nicht so gierig sein das zeug schmeckt gut aber süß wie das weiß ich was und am besten finde ich schmeckt das wenn es gekühlt ist wenn es warm ist ich finde die creme so lecker drin so da habe ich wieder ein bisschen daneben gemalt meine spezialität ich kann mich jetzt schon aufregen darüber aber nein ich bleibe ganz ruhig dann nehme ich dann nehme ich ähm Tomato oder ja Tomato was die Zähne machen vielleicht werden wir sogar fertig mit den mit der Erdbeere wenn nicht dann machen wir morgen nein wir werden nicht mit der Erdbeere fertig weil ich muss ja hier noch den Schatten einsetzen von denen von den Samen so früh gefreut und wir haben ja hier noch weitere Erdbeeren aber ich mache ja hier erstmal wir arbeiten uns Stück für Stück vor dann nehme ich dann nehme ich Flammered und mit Flammered burnische ich jetzt die ganze Erdbeere hier unten also ich mache die ganzen weißen Pünktchen jetzt zu also nicht die Samen ne also ich meine die Struktur von Papier mache ich jetzt so die Verblende so gesehen jetzt die Farben ineinander hier lasse ich noch ein bisschen wie soll ich das sagen da tue ich noch nicht komplett alles verblenden weil da kommen ja noch zwei Farben drauf und weiß auch und deswegen lasse ich diese Stelle hier noch aus und mache da wo ich weiß da tue ich keine Farbe mehr auftragen so wie hier wir haben gleich ist die Zeit um Leute jetzt nehme ich hier den hier trage hier auf und mit diesem tue ich hier die die Papierstruktur glatt machen aber gehe auch oben noch nicht komplett mit drüber weil da kommen ja noch zwei Farben also ihr Lieben das Video ist gleich vorbei und dann machen wir morgen bei den Erdbeeren weiter also ich wünsche euch einen wunderschönen Tag bis morgen Ciao eure Helena